So, liebe Freunde, seid herzlich gegrüßt und willkommen zu diesem heutigen Webinar. Könnt ihr mich sehen und hören. Bitte mal kurze Rückmeldung in den Chat. Bam, yes, alles klar. Melody, du hast einen wunderbaren Vornamen, aber wahrscheinlich hast du den gar nicht in Wahrheit. Wahrscheinlich ist es ein Pseudonym, ein Künstlername. Vermute ich. Ne, ich weiß es nicht. Ist echt. Dann muss ich mich entschuldigen. Dann muss ich mich entschuldigen. Es tut mir leid. So, gut. Doreen sei herzlich gegrüßt. Joachim ist da, sehr schön. Wo kommt ihr bitte her? Wo aus der Republik seid ihr uns zugeschaltet? Kommt ihr aus dem schönen Bayern oder dem noch schöneren Hamburg oder aus Dortmund? Bodensee, Kiel, Steinbeilabö. Stein ist das nicht da, wo auch, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, Jenny, wo dieses U-Boot liegt aus dem Zweiten Weltkrieg, was man noch besichtigen kann. Neuruppin, okay. Bremen, alles klar. Kommt jemand aus Düsseldorf, aus meiner Heimat? Ist jetzt nicht. Zeynep kommt aus Dortmund, wie immer. So, alles klar. Sehr schön. So. Ja, ne, das Thema hatten wir schon. Genau. Ich erinnere mich, ich erinnere mich auch. Da war ich doch mal drin vor vielen Jahren. Also nicht damals, ne, da, ich habe die Gnade der späten Geburt, aber irgendwann als Tourist war ich mal drin. So, also, seid herzlich gegrüßt und willkommen. Habt ihr den Link gesehen zu nächster Woche? Habt den Link gesehen zu nächster Woche? Nämlich nächste Woche habe ich vor, ein Gratis-Webinar anzubieten, Mittwoch, 18 Uhr, quasi vom selben Stil, nur zu einem anderen Fach. Und zwar zu einem noch viel wichtigeren Fach, nämlich Buchführung. Yeah, Buchführung nach HGB, Buchführung nach ESTG, Buchführung nach IAS, IFRS. Da möchte ich ganz gerne die Themen vorstellen, die meiner Meinung nach drankommen können, weil sie in den letzten Jahren drangekommen waren. Und wenn man nur hinreichend lange nach hinten geht, dann wird das auch schon auch so sein, dass dann in der Zukunft auch das Thema dann wieder drankommt. Alles klar. Wobei, Jenny, du warst von Anfang an da. Haben die anderen auch gesehen den Link? Aber wobei, wenn dem so ist, dann wird das, dann muss man da nicht extra drauf antworten, dann ist das so fertig. Also, ich gehe davon aus, dass ihr den Link gesehen habt. Genau. Eine kleine Werbeeinblendung habe ich gemacht, wenn ich darf, nämlich zu dem Klausuren-Skript, das ich lange, wirklich lange angekündigt hatte. Und jetzt endlich hier da ist. Entschuldigung. Oh Gott. Und jetzt endlich da ist. Drei Klausuren, Sätze, drei Klausuren selbst, also neun Klausuren insgesamt. Mit Erklärvideo, mit ausführlicher Lösung und so weiter. Falls ihr noch zusätzliche Aufgaben benötigt. Außerdem noch eine kleine Werbeeinblendung und zwar auch wichtig für diejenigen unter euch, die das Abonnement von mir haben oder eins der Abonnements. Nämlich bitte mal Montag frei halten. Montag 18 Uhr. Ich möchte nämlich ganz gerne hier eine wöchentliche Sprechstunde für die Abonnementen machen. Mit euren Fragen, die sich auftürmen beim Lernprozess. Nächste und übernächste Woche, 18 Uhr, startet das Ganze. Also bitte frei halten, wer von euch hier dabei ist. So, einige habe ich nämlich da im Blick. Ich bin müde? Nö. Wirklich so? Oh Gott. Oh Gott. Nö, 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 nö. Ich habe extra, aber auch Espresso am Start und Cola Light. Aber nicht, weil ich hier müde bin und irgendwie da was bräuchte, um mich wachzuhalten. Nö, nö. Gott. So, alles klar. Kommt jemand aus Berlin? Nee, ne. Aus Berlin habe ich jetzt niemanden hier gesehen in dieser schönen Teilnehmerliste. Ja, 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 ja. So. Außerdem plane ich für Januar und Februar wieder meine Fachwebinare. Ich werde die Termine in den nächsten Tagen online stellen. Fachwebinare zu den einzelnen Fächern und so. Wahrscheinlich ein bisschen anders als in der Vergangenheit. Wahrscheinlich mit noch mehr Videos und so. Muss ich mal gucken. Das heißt, meine Idee ist, dass das Ganze ein bisschen früher anfängt. Nicht nur auf zwei Tage begrenzt, sondern vorher gibt es schon Videos. Vorher gibt es schon Videos, damit ihr euch da einstimmen könnt und schon mal anfangen könnt zu lernen. Bam. So. Gut. Aber jetzt habe ich genügend Werbung gemacht. Jetzt habe ich genügend Werbung gemacht. Muss aber auch sein. Ist ja klar. Und jetzt legen wir los. So. All right. Jetzt legen wir los. Und zwar. Hm. 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 Okay. Wann hast du denn, Kerstin, mündliche Prüfung? Wann hast du die mündliche Prüfung? Ich habe immer natürlich meine Webinare, meine Webinare, die man aus der Vergangenheit noch kriegen und erwerben kann. Das heißt, das steht dir auf jeden Fall zur Verfügung. Und, ähm, wer ist denn noch Bestandbegaben? Schriftliche Prüfung bestanden? Ja, ja, ja. Genau. Ne, also das Webinar aus der Vergangenheit zur Vorgehensweise für die mündliche Prüfung wäre auf jeden Fall das Erste, was ich dir da anbieten könnte von mir. Und außerdem herzlichen Glückwunsch. Bestanden. Yes. Magst du uns mitteilen, mit welcher Punktzahl? Wobei, musst du auch nicht. Aber herzlichen Glückwunsch. Yes. Ja. Gut. So. Also. Fangen wir an. Aufgaben finanzwirtschaftliches Management. Es ist doch so. Wen ich aber noch vermisse, ist die Svenja, ne? Mal gucken. Svenja, bist du da? Ha, 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 ha. Da. Ist sie doch. Alles klar. So. Mhm, 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 mhm. Monique, du wirst noch nicht bei mir. Kann das sein, Monique? Monique und Melody sind neu. Und Jela auch. Glaube ich. Deshalb. Und die Claudia, glaube ich, auch. Deshalb hoffe ich, dass es nicht das Erste und Letzte ist. Und das letzte Mal ist, dass ihr hier am Start seid. Gut. So. Also. Finanzwirtschaftliches Management. Das ist eins der Nebenfächer. Eins der Nebenfächer. Und zwar für die Bilanzbuchhalter. Nämlich hier aus dem Bereich, aus dem Bereich der Klausur 2. Aus dem Bereich der Klausur 2 haben wir das Fach. Finanzwirtschaftliches Management zusammen mit dem Hauptfach Jahresabschlüsse aufbereiten und auswerten. Und da haben wir zum einen das Thema der statischen Investitionsrechnung. Die statische Investitionsrechnung ist aber längst nicht so relevant wie die dynamische Investitionsrechnung. Ich habe den Eindruck, eine sichere Bank ist dieses Thema. Ich habe den Eindruck, das Thema kommt auf jeden Fall dran. Kapital wird rauf und runter und runter und rauf. Also, bei der dynamischen Investitionsrechnung werden Zahlungen unterschiedlicher Perioden miteinander vergleichbar gemacht. Durch Auf- und Abzinsung. Meistens durch Abzinsung. Der Kapitalwert wird errechnet durch die Abzinsung hier der einzelnen Zahlungen unterschiedlicher Perioden. Kapitalwert heißt, eine Investition durch eine einzige Zahl auszudrücken und zu schauen, ob diese Investition vorteilhaft ist oder nicht. Sie ist vorteilhaft, wenn, genau dann, wenn der Kapitalwert echt größer ist als 0. Wenn der Kapitalwert echt größer ist als 0, dann ist die Investition vorteilhaft. So, das ist ein absolutes Vorteilhaftigkeitskriterium. Außerdem ist es aber auch ein relatives Vorteilhaftigkeitskriterium, denn wenn ich drei Investitionen habe, die unterschiedliche Kapitalwerte haben und die zweite Investition hat einen größeren Kapitalwert als die erste und die einen größeren als die dritte, dann ist das auch die Reihenfolge der Durchführungswürdigkeit. Erst 2, dann 1, dann 3. Wobei man natürlich noch beachten muss, wenn sie alle kleiner 0 sein sollten, dann gilt zwar die Vorteilhaftigkeitsreihenfolge, aber trotzdem sind sie alle Mist. Also man muss absolut gucken, sind sie größer 0, dann durchführen und dann kann man sogar noch zusätzlich hier unterschiedliche Investitionen miteinander vergleichen. So, Frage von der Doreen, wann wird aufgezinst? Aufgezinst würde beim Endwert, wenn also nicht der Kapitalwert gefragt wäre, sondern der Endwert, dann würde aufgezinst werden. Ist auch relativ easy peasy machbar, wenn der Kapitalwert gegeben ist, ist Cn, also der Endwert, leicht dadurch ausrechenbar, dass ich hier einfach multipliziere. Also Cn, der Endwert nach N Jahren, ist der Kapitalwert mal 1 plus I hoch N. Das ist die Mutter aller Formeln der Finanzmathematik. Das heißt, wie errechnet sich der Endwert aus dem Kapitalwert Aufzinsung und zwar bei der zinses, zinslichen Rechnung, Multiplikation mit dem Aufzinsungsfaktor AUF. Das heißt, ihr braucht dann den AUF aus dieser genialen Tabelle mit den sechs Faktoren und ansonsten beim Abzinsen den ABF, den Abzinsungsfaktor. Den Abzinsungsfaktor, um den Kapitalwert auszurechnen. Annuität. Man kann eine Annuität ausrechnen dadurch, dass man den Kapitalwert mit dem Kapitalwiedergewinnungsfaktor multipliziert oder mit dem Rentenbarwertfaktor dividiert. Das heißt, wir hätten dann den KWF oder den RBF, so heißt er ja in dieser schönen Tabelle, um vom Kapitalwert auf die Annuität zu gelangen. Und da habe ich den Eindruck, kommt in jeder dritten Klausur auch dran, die Annuität. Sehr schön ist auch der interne Zinsfuß. Und da habe ich tatsächlich den Eindruck, es gibt ja so immer, und zwar speziell Finanzmanagement, ist das Fach, was prädestiniert ist dafür, dass immer eine Neuerung dran kommt. Also in den letzten Jahren hat die IHK da gerne noch eine Neuerung gebracht, etwas, was sie nie vorher abgefragt hatte, nämlich die optimale Nutzungsdauer. Hatte sie plötzlich hier dran gemacht, die optimale Nutzungsdauer dran gebracht. Was vorher nicht dran war. Und deshalb muss man hier auch neue Themen natürlich entsprechend drauf haben. So, und da habe ich halt den Eindruck, dass dieses Fach prädestiniert dafür ist und diese neuen Themen aufsaugt. Und neu wäre die Regula-Falsi-Methode beim internen Zinsfuß. Die Regula-Falsi-Formel, die auch drinsteht in der Formelsammlung. Regula-Falsi. Ich hole mal gerade die Formelsammlung. Moment mal, bitte. Hefte raus, Leute. Test. Wir schreiben einen Test. Also die Regula-Falsi-Methode ist bei mir auf der Seite 54. Auf der Seite 54, Regula-Falsi-Methode, um den internen Zinsfuß approximativ, um ihn ungefähr auszurechnen. Regula-Falsi-Methode, also könnte drankommen. So, das ist die dynamische Investitionsrechnung. Bei der dynamischen Investitionsrechnung wird auf- und abgezinst. Also genau, werden Gelder unterschiedlicher Perioden vergleichbar gemacht durch hier Auf- und Abzinsung. Wie ist das bei der statischen Investitionsrechnung? Da ist es nicht so. Die statische Investitionsrechnung, die erst letztens drankam, allerdings nur verbal. Das heißt, die muss mal wieder hier, die muss mal wieder so richtig dran kommen, so mit Schmackes, so mit Rechnen. Und verbal kam sie dran, ich meine in Frühjahr 2020, also relativ neu noch, dass man sie darstellen sollte. Wie funktioniert die Kostenvergleichsrechnung? Bei der Kostenvergleichsrechnung werden alle Kosten aufradiert, nicht nur die pagatorischen, die zu Zahlungen führen, sondern auch die kalkulatorischen, die es gerade nicht tun. Also bei der Kostenvergleichsrechnung bitte alle Kosten aufradieren und dann noch beachten, dass wir hier den Gesamtkostenvergleich machen können, aber den Stückkostenvergleich machen müssen bei unterschiedlichen Mengen. Also mal Gesamtkostenvergleich, mal Stückkostenvergleich, je nachdem. Und genauso, nur anders, rechnen wir dann die Gewinnvergleichsrechnung aus. Die Gewinnvergleichsrechnung hier, auch die ist natürlich möglich. So, bam, 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 batsch, genau. Da haben wir hier unterschiedliche Sachen. Die Gewinnvergleichsrechnung baut auf der Kostenvergleichsrechnung natürlich auf, indem den Kosten dann hier einfach die Erlöse gegenübergestellt werden. Bei Fragen immer Rindermit. Immer Rindermit, wie der Berliner sagt. Dafür ist der Chat ja da. So, also. Optimale Nutzungsdauer. Ui, ui, ui. Das war das Thema, was hier dran kam und zwar im Rahmen der einmaligen Durchführung. Bisher ist es so, bei der dynamischen Investitionsrechnung steht die Nutzungsdauer fest. Bei der optimalen Nutzungsdauer hingegen nicht. Also hier, N steht fest. Die Nutzungsdauer klein N steht fest. Hingegen bei der optimalen Nutzungsdauer ist das N gefragt. Also N ist gefragt. Das heißt, die Fragestellung lautet dort vielmehr, mit welchem N, mit welchem kleinen N, also mit welcher Nutzungsdauer kann ich hier mein Kapitalnet oder auch meine Anomität maximieren. Optimieren, weil maximieren. Dort steht das N klarerweise nicht fest, sondern das klein N ist erst gefragt. Optimale Nutzungsdauer N-Sternchen. Optimale Nutzungsdauer klein N-Sternchen. Das wird hier also optimiert. Und dort war, das war dran vor einigen Terminen. Und da war das Geschrei natürlich groß, weil das, ui, 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 relativ absolut neu halt war. Ich habe dazu bei YouTube in meinem YouTube-Kanal, youtube.com slash daniellambert1 oder Lombere-Veditorien, einfach ein Video gemacht, was dieses Thema abgreift. Aber das werde ich natürlich dann auch hier in den ganzen Webinaren dann auch noch mal ausführlicher machen. Nur für euch, dass ihr das nicht rauslasst, dass ihr das da nicht weglasst beim Lernen. So. An den meisten Hochschulen, an den meisten Universitäten, Fachhochschulen, heißt das Fach, was wir hier gerade besprechen, I und F. Investition und Finanzierung. Und aus gutem Grunde, weil es nämlich aus einem Investitionsteil besteht und aus einem Finanzierungsteil. Investitionsteil. So auch hier. Es heißt zwar Finanzmanagement das Fach, gemeint ist aber ein Investitionsteil, denn Investitionen sind ja absolut klausurrelevant. Gerade der Kapitalwert kommt in jeder Klausur dran, auch in deiner, auch in der nächsten, im März und im September. Und, aber auch ein Finanzierungsteil. Also auch ein Finanzierungsteil ist hier relevant. Wer geht im März rein, wer geht im September rein, 2022? Bitte mal schreiben. Im März, ja. Eine hatte ich gesehen, die im September reingeht. Von der anderen weiß ich, dass sie im September reingeht. Die meisten also im März. Ja, ist ja auch, ist ja auch klar, ne? Gut. So, also, zum einen müsst ihr die Begrifflichkeiten drauf haben. Zum einen also hier eine Aufgabe, die auch immer mal wieder dran kommt, nämlich das hier, die Begrifflichkeiten erläutern. Und ich schreibe auch mal dabei gerade, was ich mir so von der Nummerierung vorstelle. Also das Thema Kapitalwert mit Annuität und internem Zinsfuß würde ich so sagen, Thema 1, Thema 2. Thema 3, die statische Investitionsrechnung. Also Kapitalwert gerne mit Annuität noch dabei. Das heißt 1a und 1b. Aber die Annuität kommt nicht immer dran, wohingegen der Kapitalwert immer dran kommt. Und Thema 1, immer. Thema 2, nicht immer. Thema 3, statische Investitionsrechnung. Thema 4, optimale Nutzungsdauer. Wenn das nochmal dran kommen sollte, würde ich trotzdem davon ausgehen, dass es den einfachsten Fall hier enthält, nämlich bei einmaliger Durchführung. Nicht bei einmaliger Identitätsschaf Wiederholung und auch nicht bei unendlich häufiger Durchführung, sondern als einfachsten Fall dann hier bei einmaliger Durchführung hat. So, und warum steht die optimale Nutzungsdauer nicht in der Formelsammlung? Darum nicht. Weil ihr Führungskräfte werden wollt, liebe Leute. Weil ihr Führungskräfte werden wollt und man von Führungskräften erwartet, dass sie bestimmte Sachen auch einfach so mal raushauen. Die optimale Nutzungsdauer ist nicht die einzige Sache, die nicht in der Formelsammlung steht. Es gibt manche Themen, die echt nicht in der Formelsammlung stehen und das müsst ihr aber meistern. Das müsst ihr meistern. Und wenn ihr deshalb vorher wisst, dass dieses Thema eine heiße Sache ist, dann könnt ihr euch natürlich entsprechend darauf vorbereiten. So, das war Thema 4. Thema 5, die Begrifflichkeiten. Also, dass ihr diese Finanzierungen hier auseinander haltet. Dass ihr wisst, wie sich Eigen- und Fremdfinanzierung unterscheiden. Bezüglich der Rechtsstellung also und bezüglich der Zurverfügungstellung des Kapitals. Das heißt, jede Finanzierungsmaßnahme, jede, ist entweder Eigen- und Außen oder Eigen- und Innen oder Fremd- und Außen oder Fremd- und Innen. Es gibt also 2 plus 2 oder 2 mal 2 oder 2 hoch 2, also 4 Möglichkeiten. Jede Finanzierungsmaßnahme ist einer dieser 4 Möglichkeiten zuzuordnen. Sei es der Bankkredit. Der Bankkredit ist nämlich Außen- und Fremdfinanzierung. Sei es die ordentliche Kapitalerhöhung. Die ist nämlich Außen- und Eigenfinanzierung. So ist das doch. Das heißt, wir haben hier die unterschiedlichen Finanzierungsmaßnahmen, die diesen 4 Möglichkeiten zuzuordnen sind. Das war Thema 5. Thema 6. Dort ist am wichtigsten das hier. Oh, die ordentliche Kapitalerhöhung. Das ist dieses Gedöns mit Bezugsrecht, mit Mischkurs, mit Emissionskurs, mit Aktien, mit einer Bilanz, wie sie nach der Kapitalerhöhung aussieht. Mit Operation Blanche, mit der Möglichkeit oder den 3 Möglichkeiten, die der Altaktionär so hat. Der eine oder andere von euch wird gerade wissen, was ich meine. Und ja, ist nicht einfach. Das Thema ist nicht einfach. Habe ich in meinem Online-Kurs mit 9 oder 10 Schritten hier abbilden müssen. Da geht es leider gut ab. Also da geht es leider gut ab. Da ist man doch einigermaßen verzweigt. Kapitalerhöhung und zwar speziell oder am wahrscheinlichsten die ordentliche Kapitalerhöhung. Frage von Joachim. Sind denn Zahlungen des Unternehmers, des Anteilseigners, also des Eigenkapitalgebers, nicht auch Außenfinanzierung? Das habe ich ja nicht bestritten. Das habe ich ja nicht bestritten. Im Gegenteil, es ist ja richtig. Also wenn ein Eigenkapitalgeber was reintut, sei es im Rahmen einer ordentlichen Kapitalerhöhung oder einfach so, dann ist dies eine Eigenfinanzierung, weil ein Eigenkapitalgeber was reintut. Und es ist eine Außenfinanzierung, weil Außenfinanzierung speziell bedeutet, von außerhalb der Unternehmung kommend. Achtung, von außerhalb der Unternehmung kommend. Die Unternehmer stehen auch außerhalb der Unternehmung. Und deshalb hast du Joachim vollkommen recht. Besten Dank, genau. Ja, ja, ja. Genau, die Unternehmer stehen außerhalb der Unternehmung. Nur die Unternehmung selbst ist die Unternehmung, also das Unternehmen. Das ist also hier zu trennen. So, das Thema, wisst ihr, was drankommt nächstes Mal? Das da, die bedingte Kapitalerhöhung, ui, ui, ui. Die bedingte Kapitalerhöhung, das kam äußerst selten bisher dran. Das ist diese Geschichte mit Wandelschuldverschreibungen. Ich gebe Wandelschuldverschreibungen aus in einem bestimmten Verhältnis und dann kann gewandelt werden, muss aber nicht gewandelt werden. Und je nachdem, wie da das Wandlungsverhältnis ist und die Bereitschaft der Fremdkapitalgeber hier zu wandeln, habe ich eine Umwandlung von Fremdkapital zu Eigenkapital. Habe ich dann die Sache, dass sich Wandelschuldverschreibungen, Wandelanleihen, wie sie ja auch genannt werden, umwandeln in Aktien und hinterher nicht mehr da sind. Die Fremdkapitalinstrumente sind hinterher nicht mehr da und nur noch die Aktien, wenn ich wandle und bezogen auf die, die ich wandle. Thema sieben, ei, 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 an das drankommt Junge, Junge. So, war das eine Frage, Doreen, oder begrüßt du gerade den Joachim, oder wie ist das Wort nah zu verstehen? Ach so, also ja, ja, alles klar. Das ist gut, man lernt sich hier kennen, man hat sowieso Lerngemeinschaften, das ist doch mal super. So, Thema 8, das kam eine Zeit lang sehr, sehr häufig dran, diese Kapitalbedarfsermittlung. Eine große Geschichte mit der Anzahl von Tagen, da ist ein bestimmter Lagerbestand gebunden über eine Anzahl von Tagen. Und da ist eine unterschiedliche Anzahl von Tagen gegeben jeweils, die ich dann hier beachten muss, und wo ich den unterschiedlichen Kapitalbedarf einmal fürs Anlagevermögen und einmal fürs Umlaufvermögen habe. Thema 8 ist auch eine große Sache, das ist echt eine große Sache und das gibt dann auch so eine 12, 15 Punkte Aufgabe dann, das Thema 8. So, Date 2.0, absolut, ja, ja, man lernt sich kennen und lieben im Chat. Dating Plattformen sind out, man trifft sich wieder im Webinar. Man trifft sich wieder im Webinar, so. Ja, ja, also ich meinte jetzt eher untereinander, aber natürlich auch, es wäre nicht das erste Mal, dass Dozent und Kursteilnehmer zusammenkommen. Aber jetzt habe ich viel zu viel verraten, viel zu viel gesagt. So, anyway, der Liquiditätsplan ist Thema 9. Das Thema 9, wenn ich das richtig hier gezählt habe. So, Thema 9, na. Und zwar beim Liquiditätsplan muss umgerechnet werden, muss der Umsatzerlös erstmal auf einzelne Perioden hier verteilt werden, bevor er dann eingerechnet wird und kalkuliert wird in bestimmte Zahlungen. Das heißt, wir müssen umrechnen den Umsatz in eine Einzahlung. Und da muss man beachten, dass es das Kontoabzug geben kann zu einem bestimmten Prozentsatz und in einem bestimmten Ausmaß und dass man hier noch verspätete Zahlungen hat und auch Zahlungsausfälle möglicherweise zu beklagen hat. Das muss man alles hier beachten. So, jetzt muss ich mal gerade das Ding neu laden. Bam. Also, das ist, um von den Umsatzerlösen dann zu diesem, zu den Einzahlungen zu kommen. So, alles klar. Batsch. Genau, genau. So, gut. Da ist es doch wieder. Thema 9, also Liquiditätsplan. Man kommt auf die Einzahlungen, indem man die Umsatzerlöse umrechnet. Und man kommt auf die Auszahlungen, indem man hier dann zu der negativen Seite geht und schaut, was sind eigentlich Auszahlungen. Standardbeispiel hier von IHK-Prüfungsaufgaben sind Rückstellungen. Es werden Rückstellungen gebildet und diese Rückstellungen sind nicht Auszahlungen. Die sind Aufwendungen, aber keine Auszahlungen. Und ich muss natürlich absolut beachten, Auszahlungen, Ausgaben, Aufwendungen, Kosten sind Sachen, die ich nicht verwechseln darf, die ich nicht durcheinander werfen darf. Deshalb der Liquiditätsplan. Das ist schon eine große Sache. Aber recht leicht, wenn man es einmal zwei, wenn man es zwei, drei Mal gerechnet hat, dann ist auch das hier machbar. Sind Steuern eigentlich Ausgaben? Also Auszahlungen sind es. Aus Zahlungen sind es. Und du fragst aber, ob es Ausgaben sind. Ja, es fließen ja keine Güter zu. Ja, richtig. Jedenfalls keine individuellen Güter. Manche sagen, dass aber das Kollektivgut zufließt, die Möglichkeit hier, Güter in Anspruch zu nehmen, nämlich alle Güter, die der Staat so bereitstellt, wie Schulen etc. Aber es ist kein Individualgut. Es ist ein bisschen, ich habe den Eindruck, ein bisschen umstritten. Der eine sagt so und der andere sagt so. Aber Auszahlungen sind es sicherlich ja. Ja, und Aufwendungen auch. Das heißt, Auszahlung auf jeden Fall. Aufwendung auch auf jeden Fall. Weil Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen. Und ich würde mich auf den Standpunkt stellen, dass es eine Ausgabe ist. Und wenn es dann periodenrichtig ist, sind es auch Kosten. Was nicht notwendig immer der Fall ist. Die Gewerbesteuernachzahlung ist solch ein Beispiel, die eine Aufwendung bezeichnet. Aber keine Kosten, weil es neutrale Aufwendungen dann sind. Genau. Aber welche Güter verbrauche ich denn? Es ist, ja, ja, genau. Und da steckt nämlich die Überlegung dahinter. Quasi das, was du ja in Anspruch nehmen könntest. Das Gemeinwohl. Also das Glück, in diesem schönen Land zu leben. So, dessen Ressourcen du nutzt. Und deshalb ist es eine Aufwendung. Das heißt, wenn es ganz klar eine Aufwendung ist und damit ein Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen, dann würde ich sagen, sind wir beiden der Meinung, dass es auch eine Ausgabe ist, weil das Gut dann zufließen muss, damit es verbraucht werden kann. Schwieriger Fall, aber man entscheidet sich dann dafür. Ja. So. Thema 9 also. Thema 10. Tilgungspläne. Ui, ui, ui. Thema 10. Tilgungspläne. Genau, hatte ich heute ein Video dazu gedreht hier für mein Klausurenskript. Und zwar folgendes. Da gibt es, genau, ich erzähle mal erst. Der leichteste Fall ist die Ratentilgung. Der leichteste Fall ist die Ratentilgung, nämlich hier Tilgung, ne, Tilgung im t-ten Jahr. TT ist nichts anderes als die Schuldsumme in der 0. Periode dividiert durch die Nutzungsdauer. Bam. Das ist die Ratentilgung. Die Tilgungsrate ist immer gleich. Die Zinsen verändern sich und die Tilgungsrate aber nicht. Das ist die eine Möglichkeit. Das Festdarlehen ist die leichteste aller Möglichkeiten, nämlich Tilgungsrate in fast allen Jahren gleich 0. Und erst im letzten Jahr wird tutto completo alles getilgt. Beim Festdarlehen also bleibt die Schuld die ganze Zeit über bestehen und erst am Ende wird sie 0. Das Annuitätendarlehen ist das schwerste bzw. das zweitschwerste, je nachdem, wie man das sieht. Bei dem Annuitätendarlehen ist es auch wieder so. Annuität gleich Schuldsumme mal dem Kapitalwiedergewinnungsfaktor von n Jahren und i Prozent oder aber Schuldsumme dividiert durch den Rentenbarwertfaktor von n Jahren und i Prozent oder halt einfach hier mit, so mache ich das immer, mit q hoch n dividiert durch so, mit q hoch n mal hier ordentlich schreiben, bäm, q hoch n mal i dividiert durch q hoch n minus 1. So, ihr habt also drei Möglichkeiten, diese Annuität auszurechnen. Es sei denn, ihr kriegt einen Zinssatz, es sei denn, ihr kriegt einen Zinssatz, wenn ihr gerade mal in diese Formelsammlung geht, es sei denn, ihr kriegt einen Zinssatz, der in der Formelsammlung gar nicht tabliert ist, wie elf Prozent oder neun Prozent. Wenn ich das hier richtig sehe, dann sind elf Prozent als auch neun Prozent überhaupt nicht tabliert. Genauso wenig 13 Prozent. Ja, dumm gelaufen. Das ist natürlich wirklich dumm gelaufen und das kommt dran. Alle paar Jubeljahre einmal, selten, aber manchmal, fragt die IHK einen Zins, der nicht in der Formelsammlung gegeben steht und dann könnt ihr diese beiden Formeln, diese Formel und diese Formel, aber mal komplett vergessen, sondern müsst diese Formel drauf haben. Wer also der Meinung ist, dass ihr diese Formel ja gar nicht braucht und euch nicht auswendig zu merken braucht, der irrt. Der irrt. Diese Formel ist wichtig für den Fall, nämlich, dass ihr gar nicht auf diese Formelsammlung zugreifen könnt, weil der Zinssatz nicht gegeben ist. Gut. So, bei dem Annuitätendarlehen. Bei der Annuitätentilgung ist die Annuität gleich und die anderen Sachen sind das nicht. Und beim Tilgungsdarlehen, und zwar der Ratentilgung, ist die Tilgungsrate gleich, nicht aber die Annuität. Es gibt also Annuitäten auch bei den anderen Tilgungsformen. Annuität ist immer Zins plus Tilgung. So, dieses Webinar gibt es auch im Nachhinein noch mal zu gucken. Es könnte sein, dass ich das bei YouTube reinstelle. Könnte aber auch sein, dass ich, also mindestens kriegt ihr den Mitschnitt hinterher per Mail. So, könnte sein, dass ich das bei YouTube hochlade. Ja, weiß noch nicht genau. Genau. Jetzt die Sache, und da habe ich ein bisschen überlegt, ob ich das so bezeichnen soll, denn das ohne Falle mit Falle, das ist natürlich von mir. Also, das werdet ihr so in der Literatur nicht finden. Und zwar, ich stelle mal die Frage. Kredit von 10.000 Euro. Der Joachim wird es schon wissen. Der Joachim, glaube ich, war schon mal dabei, als ich diese Falle vorgestellt hatte. Kredit von 10.000 Euro. Disagio. Von 2%. Und ich will eine Maschine kaufen, mit dem... Ich muss es andersrum machen. Ich will eine Maschine kaufen. So. Ich will eine Maschine kaufen. In Höhe von... Die kostet mich 10.000 Euro. Und das Disagio ist 2%. Und die Laufzeit meinetwegen 4 Jahre. Frage an euch. Frage an euch. Wie viel Euro ist die Auszahlung? Wie viel Euro ist die Auszahlung? Und wie viel Euro ist dann der Nominalzins? Der Couponzins? Der Couponzins sei hier mal 5%. Also zwei Fragen. Bitte mal in den Chat schreiben und antworten. Und Joachim, sag mal nichts. Wenn du wirklich... Ich glaube, du weißt den Trick. Du weißt die Falle. Also. Frage an alle anderen. Frage an alle anderen. Wie ist das hier? Wie viel Euro werden ausgezahlt? Nach Abzug des Disagios von 2%. Und wie viel Euro werden an Zinsen gezahlt? Und die Zinsen, die Couponzinsen, die Nominalzinsen, beziehen sich ja auf den Nominalbetrag. So. Zwei Fragen habe ich gestellt. Lasst es krachen. Die Nelly sagt, 9.800 Euro werden ausbezahlt. Was sagen die anderen? Die Kolleginnen und Kollegen. Und fast alles sind Kolleginnen. 9.800, auch aus Dortmund schallt es ins selbe Horn. 9.800 Euro Auszahlung und Zinsen 500. Denn 10.000 mal 5% sind ja 500 Euro. Ist auch nachvollziehbar. Und trotzdem beides falsch. Bam. Nelly als auch Zeynep haben sich mal so richtig geirrt. Aber mal so richtig. Genau. Die Jenny sagt es richtig. Wir brauchen doch 10.000 Euro. Ihr könnt ja nicht zu dem Maschinenhändler eurer Wahl gehen und sagen, hier hast du 9.800 Euro. Habe ich von der Elmagy Bank aus Dortmund bekommen. 9.800 Euro. Bitte sehr. Ich hätte gerne die Maschine. Geht ja nicht. Ich brauche doch 10.000 Euro. Wenn ich die Maschine komplett fremdfinanzieren möchte. Und selbst also kein Geld habe. Deshalb ist das Kalkül und das ist die Falle. Das ist hier die Falle. Und die muss ich dann beachten. Diese Falle. Deshalb ist das Kalkül hier anders. Ich muss 10.000 durch 0,98 machen. Und habe dann diesen Betrag. 10.000 durch 0,98 ist dieser Betrag. 10.204 Euro und irgendwas. Und das ist der Nominalbetrag. Und das wird mit 0,05 multipliziert. Sodass die Zinsen 510,20 Euro sind und nicht etwa 500 Euro. Ja, ja, ja. Und ich bin mir sicher, dass Zeynep und Nelly nicht die einzigen gewesen sind, die sich da geirrt hätten in der Klausur. Dramatisch geirrt hätten. Ich meine, sofort ist alles falsch. Die Jela hätte sich auch geirrt. Ich gehe davon aus, Jela, dass du weiblich bist. Dass du Jenny heißt. Dabei kann ich mich natürlich irren. Gut. So. Ja, nein. Weiblich ja. Jenny nein. Was dann? Wie kann man sonst heißen? Sagen Sie es uns. So. Und ihr habt also den Fall ohne Falle betrachtet, der natürlich häufiger drankommt. Da wird dann nicht eine Maschine dabei stehen. Da wird dann gesagt werden, der Kredit laute über 10.000 Euro oder 10.000 Euro nominal. Beides ist dann okay. Und da steht nichts von, dass ich mir eine Maschine leisten muss, sodass mir dann 9.800 Euro reichen. Dann wäre es falsch, auf diesen höheren Betrag zu gehen. Das heißt, dann, wenn der Fall ohne Falle da ist, muss ich 9.800 Euro dann angeben. Und fertig. Ja. Gerne doch. Wo ich hier einen riesen Bau machen darf, mache ich das doch gerne. Insbesondere psychologisch gut finde ich, Nelly, dass man einmal so einen richtig fetten Fehler macht und weil man den dadurch nie wieder vergisst. Den vergisst du natürlich jetzt nicht mehr. Yes. So. Alles klar. Also da bitte bei der Tilgung mit Disagio an diese lombärische Falle denken. So. Thema 11. Kreditsicherheiten. Die wären dann verbal. Es gibt fiduciarische Kreditsicherheiten. Es gibt accessorische Kreditsicherheiten. Schnick und Schnack. Das wäre ein verbales Thema. Leverage-Effekt ist ein auch rechnerisches Thema. Das ist immer eine ganz heiße Sache. Ein ganz heißes Eisen. Leverage-Effekt. Man hat an manchen Stellen den Eindruck, dass das auch Thema oder das ist Thema von Jahresabschlüsse aufbereiten und auswerten sei. Ist es aber nicht. Das heißt, bitte nicht in der mündlichen Prüfung vorschlagen als Präsentationsthema. Leverage. Leverage wird in der Klausur, wenn es groß abgefragt wird, bei Finanzwirtschaft abgefragt und nicht bei Jahresabschlüsse aufbereiten und auswerten. Ich hatte eine Klausur gesehen. Ich meine, es war in 20. Frühjahr oder Herbst 2020. Ich meine Frühjahr 2020. Wo in der Lösung zu dem Teil Jahresabschlüsse aufbereiten und auswerten sogar explizit stand, es ist falsch, mit der Leverage-Formel zu hantieren bezüglich des Themas Eigenkapitalrendite. Wenn man also die Eigenkapitalrendite ausrechnen soll, dann gibt es dafür zwei Möglichkeiten. Definition als auch Leverage. Und Leverage ist nur richtig bei Finanzmanagement, nicht bei Jahresabschlüsse aufbereiten und auswerten. Es kommt dasselbe raus, klar. Aber ihr müsst eben beachten, das ist ein heißes Eisen. Das ist ein heißes Eisen. Und es sollen schon Leute gescheitert sein, die in der Präsentation dieses Thema vorgeschlagen hatten, obwohl es eben nicht Jahresabschlüsse aufbereiten und auswerten ist. Ihr müsst nämlich Jahresabschlüsse aufbereiten und auswerten vorschlagen, sonst kriegt ihr Nullpunkte oder sonst könnt ihr Nullpunkte kriegen in dieser Präsentation. Bam. So. Außenhandelsfinanzierung kommt auch immer wieder gerne dran. Und zwar speziell diese da. Speziell die Risiken als auch die Währungsabsicherungen. Also die habe ich schon in einigen Klausuren gesehen. Mindestens in drei Klausuren der letzten zehn Termine. Also diese beiden Risiken mit Unterformen dann und auch die Diskussion von Währungsabsicherungen. Ich habe speziell zum Fremdwährungskredit hier auch ein Gratis-Webinar gemacht. Ich glaube vor zwei oder drei Wochen. Eine dreiviertel Stunde lang Fremdwährungskredit. Weil das Thema es doch in sich hat. Also da geht es so richtig ab. Da muss man mit dem inländischen Zins rechnen, mit dem ausländischen Zins rechnen. Man muss abdiskontieren oder man muss diskontieren. Und das hat es in sich. Das hat es wirklich in sich. Dieses Thema hier. Außenhandelsfinanzierung und sowieso auch Fremdwährungskredit. So sieht es aus. Bam. So. 13 Themen. Ich sage ja. Es sind in den einzelnen Fächern 10 bis 15 Themen. 10 bis 15 Themen in Buchführung. Wobei in Buchführung sind es vielleicht eher 18. 15 bis 20 Themen sind es in Buchführung. So. Aber es sind in Kostenrechnung circa 15 Themen. Es sind in Finanzmanagement circa 15 Themen. Es sind in IKS 15 Themen. In Kfz 15 Themen. Es sind in Jahresabschlüsse aufbereiten und auswerten 15 Themen. Ja. Fertig. Das heißt, pro Fach hat man 15 Themen, die man beackern muss. Und in den Steuerfächern weniger. Da würde ich sagen, 6, 7 Themen. 6, 7 Themen bei Körperschaftsteuer beispielsweise. Hier die Themen aus, die bei der bei der außerbilanziellen Korrektur dran kommen können. Verdeckte Einlage, verdeckte Gewinnausschüttung, Dividendenprivileg, Körperschaftsteuer, Vorauszahlung. Dann 2, 3 innerbilanzielle Korrekturen. Schon sind wir bei 7. So, das heißt, pro Steuerthema nochmal 7 Themen. Macht insgesamt 7 mal 7, also 50. 49, also 50 Themen steuern. Damit ihr so die Anzahl der Themen kalkulieren könnt, die dran kommen können in der Klausur insgesamt. 50 Themen steuern. 50 Themen steuern. Plus 20 Themen Buchführung. Plus wie viele Nebenfächer haben wir? 4, 4 mal 15, also 60. Habe ich eins vergessen? Ne, 130 Themen. 130 Themen und das war's. Mehr ist das nicht. So. Wäre das jetzt ein Präsenzkurs, würde jetzt ein Rumoren wahrscheinlich durch den Saal gehen. Und es würden Papierflieger durch die Luft geworfen. oder Papierkügelchen oder Schlamm. Gut. Das war's für heute. Habt ihr Fragen zu den Themen, die ich hier besprochen habe? Nächste Woche dasselbe zu Buchführung. Habt ihr erstmal Fragen zu Finanzmanagement? Ich werde ein Fachwebinar zu Finanzmanagement machen im Januar. Im Januar gibt es einzelne Webinare von mir zu Buchführung zu ach zu allem. Auch zu IKS auch zu Kfz und auch ein Webinar zu etwas anderem möchte ich lernen. Wie lernt man optimal? Wie lernt man? Wie kriegt man ja eine Liste mit 20 Begrifflichkeiten innerhalb von 10 Minuten ins Hirn und so weiter. Was ja bei IKS und Kfz sehr, sehr wichtig ist. Wobei in meinen Webinaren zu IKS und Kfz werde ich das auch machen, diese Techniken. Aber wer sich dafür interessiert, das werde ich auch nochmal extra besprechen. So. Habt ihr Fragen zu Finanzwirtschaftliche Management? Finanzwirtschaftliches Management hier. Ein wunderbares Fach, das wir also besprochen haben. Ne? Gut. Ansonsten würde ich sagen, danke ich euch fürs Mitmachen. Danke ich euch fürs Mitmachen. Auch hier bei meinen ganzen Fallen etc. etc. Gut. Und nie persönlich nehmen. Also Nelly und Zeynep. Zeynep weiß das schon. Nie persönlich nehmen. Ich will ja nur euer Bestes. dass ihr das hier euch merkt und entsprechend memoriert. Alles klar. Prima. In diesem Sinne. Wir sehen uns nächste Woche würde ich sagen nochmal und bis dahin. In diesem Sinne. Tschökes. 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 Untertitelung des ZDF, 2020